Zu einem riesigen Stau kam es am Donnerstagvormittag auf der Autobahn 4 zwischen Dresden und Görlitz. Hintergrund war eine Rückreisewelle polnischer Arbeitnehmer. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilt, staute sich der Verkehr zeitweise bis zur Anschlussstelle Bautzen-Ost. Diese liegt 50 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Am Nachmittag schrumpfte der Stau auf 20 Kilometer Länge. Viele Polen wollten Christi Himmelfahrt als wichtigen Tag der Kirche sowie das verlängerte Wochenende in der Heimat verbringen. Nach Angaben der Polizei waren im Stau Autos mit Kennzeichen aus allen Landesteilen Polens zu sehen. Da die Grenzabfertigung einige Minuten in Anspruch nahm, wuchs die Warteschlange schnell.